Viel Ärger in Mondbruch. Ich werde bald meinen Bericht schreiben und nach Stürmen zurückkehren. Der SI7 muss über die Situation in Westphal informiert werden. Ich schlage vor, ihr tut das gleiche und erstattet Grine Bericht. Berichtet Marshall Grine Starkmantel an der Speerkuppe in Westphal, was ihr herausgefunden habt. Wir bekommen eine Rose, Geld und Erfahrungspunkte. Ich werde die Quest annehmen vielleicht noch. Annehmen. Nochmal so, also die Gegenstände müssen nicht immer die gleichen sein. Je nach Klasse sind es, glaube ich, unterschiedliche Belohnungen, die man bekommt. Also daher jetzt zum Beispiel nicht auf eine Hose versteifen. Es könnte auch was anderes bei rauskommen. So, wir sind hier wieder bei der Abzweigung. Hier drüben ist Mondbruch. Das hier ist das alte Rathaus, glaube ich. Kirche oder Rathaus, eins von beiden. Und da führt es uns in anderen Quests hin. Wir müssen jetzt erstmal zur Speerkuppe. Und müssen Grine Starkmantel Bericht erstatten. So, einmal hier hoch wieder. Und die Quest abgeben. Wer ist wohl diese merkwürdige Gestalt? Wir müssen nach Mondbruch gelangen. Wir bekommen Beine, Geld und Erfahrung.